Sehr geehrte Hörer, Hefert Arzneimittel präsentiert Ihnen exklusiv das Hörbuch Samuel Hahnemann, die schöne Tänzerin und der Räuberhauptmann von Peter Eckhardt Reichel, gesprochen von Andreas W. Schmidt. Mit diesem Hörbuch laden wir Sie ein auf eine akustische Reise in das gerade anbrechende 19. Jahrhundert, das Zeitalter der Aufklärung, der großen gesellschaftlichen Veränderung und der französischen Revolutionskriege. Es ist aber auch eine Reise in die Entstehungszeit der Homöopathie und der rastlosen Wanderjahre Ihres Entdeckers. Christian Friedrich Samuel Hahnemann Ich wünsche Ihnen spannende Unterhaltung. Ihr Matthias Hefert Samuel Hahnemann hatte sich erst seit kurzer Zeit in Mölln niedergelassen, einem kleinen Provinznest im Südosten Schleswig-Holsteins gelegen, das damals gerade mal etwa tausend Menschenseelen zählte. Viel Zeit blieb ihm und seiner Familie jedenfalls nicht, um sich an den landschaftlichen und örtlichen Sehenswürdigkeiten des Kurfürstentums Hannover zu erfreuen, denn wirtschaftlich hatten sich die Lebensumstände nicht so entwickelt, wie er es sich zu Beginn seines Aufenthaltes im Provinzstädtchen erhofft hatte. Hahnemann wollte sich eigentlich hier weiter der Entwicklung seiner neuen Lehre widmen und strebte danach, mehr als medizinischer Schriftsteller denn als Arzt zu arbeiten. Aber es kam, wie so oft in der Geschichte, ganz anders. In dem schönen Fachwerkhaus der alten Ratsapotheke in der Marktstraße saß er in seinem Arbeitszimmer und sichtete einen ganzen Packen von unterschiedlichsten Korrespondenzen. Briefe von dankbaren Patienten, denen er einmal geholfen hatte, die verschiedensten Krankheiten zu überwinden, Schreiben von jüngeren Kollegen, die medizinische Ratschläge erwarten, Angebote von Verlegern, welche nach seinen neuesten medizinischen Erkenntnissen verlangten, ansonsten bezahlte sowohl als auch etliche noch offene Rechnungen Waren zu erledigen. Er packte alle diese Papiere zusammen auf einen Stapel, legte diesen in eine Kladde seines Schreibsekretärs und verschloss sie. Samuel Hahnemann runzelte seine etwas hervorstehende Stirn, vernahm kurz darauf die Schritte seiner Frau Henriette, die soeben die Holzstiege zu seinem Arbeitszimmer hinaufstieg. Knarrend öffnete sich die alte Holztür, und jetzt stand sie neben ihm und sagte leise, »Samuel, du kannst nicht jede Nacht an deinem Schreibtisch ausharren und bis zum ersten Sonnenstrahl arbeiten. Denk doch auch mal an deine eigene Gesundheit und nicht immer nur an die deiner Mitmenschen. Komm jetzt endlich zu Bett. Ich habe dir ein Glas warmer Kuhmilch mitgebracht.« Samuel nahm ihr das Glas Milch aus der Hand, stellte es vorsichtig beiseite, betrachtete sie liebevoll, dann drückte er sein Ohr vorsichtig auf ihren schwangeren Bauch und hörte tief in sie hinein. Einige Sekunden lang schien die Welt lautlos zu sein. Dann vernahmen beide ein leises Geräusch aus der Nebenkammer, wo ihre Kinder friedlich schliefen. Henriette entzündete ein Licht an einer der Kerzen auf Samuels Schreibsekretär und entschwand leise in die Schlafkammer, um nach den Kindern zu sehen. Samuel flüsterte ihr zärtlich nach, »Ich komme gleich, schreibe nur noch diesen einen Brief.« Dann griff er zu seiner Feder, legte ein neues Blatt Papier vor sich auf den Tisch und begann zu schreiben. Mölln, den 1. August 1800 Teuerster Freund Seit wir getrennt sind, habe ich Bekanntschaft einer Menge verschiedener Arten von Migräne gemacht. Es kommt daher einzig darauf an, dass ich wisse, zu welcher Sorte die Ihrige genau gehört, um sie mit der Wurzel ausraufen zu können. Ich muss wissen, wie sie, wenn keine Arznei gebraucht wird, anfängt, welchen Fortgang sie nimmt und wie sie zu Ende geht. Nur so kann ich Ihnen von hier aus behilflich sein. Bitte teilen Sie mir mit, welche jedesmalige Veranlassung sie hat, welche Zeichen zu vorläufern, ob sie früh mit dem Erwachen beginnt, ob sich der Schmerz durch den ganzen Kopf verbreitet, ob nur im Hinterhaupt, an den Seitenhaupten, dicht über den Augen, in den Schläfen ist, und so weiter. Ob auch die äußere Haut des Kopfes bei der Berührung schmerze und nun als die Hauptsache. Welcher Art des Schmerzes ist erdrückend, reißend, ziehend, stechend, wühlend, wie von Zerknirschung und Zerschlagenheit ist der Schmerz klopfend oder einfach bloß dumpf, niederdrückend und wie von einer Schwere. Nach dieser obigen Anleitung wird es Ihnen nun möglich sein, sich ein getreues Bild von diesem Ungeheuer zu entwerfen, und ich hoffe, Ihnen dann bald dienen zu können, und dies soll von Herzensgrunde gern geschehen. Sie fragten in Ihrem Brief nach unserem Wohlergehen? Nun ja. Was mich betrifft, Gott sei Dank, dass ich hier bin, wo ich doch nur die Hälfte zu verdienen brauche, um bequemer zu leben als in Hamburg. Mölln ist ein kleines Örtchen von etwa 230 Häusern, mit allen Arten von billigen Handwerksleuten angefüllt und den notwendigen Bedürfnissen versehen. Es ist daher für einen unbemittelten, freischaffenden Geistesarbeiter wie den alten Hahnemann nicht leicht, sich und bald auch seine weiter anwachsende Familie zu ernähren. Andererseits gehört sein ausgeprägter Ehrgeiz, welcher ihn immer wieder zu diversen Experimenten antreibt, zu seinen ureigensten Charaktereigenschaften. Wenn Ihr, lieber Freund, gegebenenfalls jemanden kennen solltet, der meiner medizinischen Hilfe bedarf, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich wäre über jeden Hinweis auf eine neue Wirkungsstätte sehr, sehr dankbar. PS Morgen trete ich eine große Reise nach dem fernen Saarbrücken an. Ich verspreche mir davon sehr viel, aber darüber werde ich Ihnen ein andermal ausführlich berichten. Mit alter Freundschaft, Ihr Samuel Hahnemann Aufgrund seiner prekären ökonomischen Lage hatte er in den vergangenen Wochen einige solcher Briefe an Freunde und Kollegen in ganz Deutschland geschrieben, jeden Einzelnen in der stillen Hoffnung, die Adressaten würden ihm Hinweise oder Ratschläge geben, wo er vielleicht ein sicheres Auskommen als Arzt, Chemiker, Übersetzer oder Wissenschaftler finden könne. Samuel Hahnemanns größter Wunsch war es vor allem, sich seinen medizinischen Forschungen in aller Ruhe widmen zu können. Und, in der Tat, vor wenigen Tagen erhielt er eine überraschende und äußerst erfreuliche Antwort. Die hoffnungsvolle Nachricht kam aus dem fernen Saarbrücken. Sein ehemaliger Kommiliton und Freund aus gemeinsamen Studienzeiten an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, Doktor Med Karl Georg Friedrich, ein glühender Verehrer Hahnemanns wissenschaftlicher Forschungen und aufmerksamer Leser seiner chemischen, pharmakologischen und medizinischen Veröffentlichungen, reagierte auf sein Schreiben mit einer herzlichen Einladung. Er solle ihn doch möglichst bald in Saarbrücken aufsuchen. Zwar wäre die Stadt seit sechs Jahren von den französischen Revolutionstruppen besetzt, aber er hätte eine gut florierende Praxis und könne sich über Patientenmangel nicht beklagen. Hahnemann als sein alter Freund und Bundesbruder wäre jederzeit aufs herzlichste Willkommen und es würde sich mit großer Wahrscheinlichkeit etwas für ihn bei den Franzosen arrangieren lassen. Der inzwischen 45-jährige Dr. Samuel Hahnemann hatte sich bereits durch einige seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Untersuchungen in der Fachwelt einen Namen gemacht. Seine bisherigen Publikationen befassten sich immer wieder mit der Sorge um das Wohl der Mitmenschen. Die noch um 1800 üblichen Methoden der Medizin beschränkten sich jedoch meistens auf Aderlässe, Schröpfkuren und die Anwendung von Abführ- und Brechmitteln. Hahnemann hatte die Unsinnigkeit, ja sogar Gefährlichkeit dieser Methoden längst erkannt und kritisierte öffentlich ihre Anwendung, was ihn natürlich auch mit vielen Versteckten als auch offenen Anfeindungen konfrontierte. Mittlerweile zweifelte er nicht nur an der orthodoxen Medizin, nein, er lehnte sie ab. Zunehmend wurde er zum Zankapfel seiner damaligen medizinischen Zeitgenossen. Einige Kollegen versuchten gar, Hahnemann mit Spott zu überhäufen. Umso erfreulicher war es, als ihn kurz vor seiner Abreise nach Saarbrücken noch weitere positive Antwortschreiben erreichten. Es waren Einladungen von einigen sehr hoch angesehenen Kollegen der medizinischen Privatgesellschaft zu Mainz. Der Chemiker und Mediziner Professor Nikolaus Karl Molitor mochte ihn unbedingt kennenlernen. Hahnemann kannte Professor Molitors Forschungen auf dem Gebiet der Elektrizität und ihrer Beeinflussung des Pflanzenwachstums. Auch Dr. Med Jakob Fidelis Ackermann ließ ermunternde Grüße ausrichten. Sogar Karl und Josef Wenzel, zwei weitere Kollegen, die auf dem Gebiet der Erforschung der Epilepsie bisher ganz Erhebliches geleistet hatten, erbaten in einem Brief, Hahnemann bei seinem Besuch in Mainz unbedingt begegnen zu dürfen. Nun hatte sich Samuel Hahnemann sehr freudig und in aller Gründlichkeit auf seine Abreise vorbereitet. Er konnte natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Entferntesten ahnen, welche aufregenden Abenteuer ihm auf seiner langen Reise quer durch Deutschland widerfahren würden. Seine Frau Henriette fiel ihm beim Abschiednehmen mit den Tränen ringend in die Arme. Ihr versprach ihr spätestens zur Geburt des Kindes wieder in Mölln zu sein und drückte sie liebevoll an sich. Unterdessen wurde die bereitstehende Postkutsche auf dem Marktplatz von einer lärmenden Kinderschar, zur Hälfte war es seine eigene, umringt. Solch ein Gefährt war immer noch eine kleine Sensation im lauenburgischen Städtchen. Samuel Hahnemann hatte inzwischen sein Reisegepäck sicher im Stauraum der Kutsche untergebracht, darunter zwei große Lederkoffer voller medizinischer Bücher, aber auch seine wertvolle Reiseapotheke mit unzähligen, sorgfältig beschrifteten kleinen Fläschchen, wertvollen Tinkturen, Salben und Schächtelchen mussten mit auf die lange Reise. Dann endlich rollte am Vormittag des 2. August 1800 eine Postkutsche über das holprige Pflaster des verträumten Städtchens und die Schar der lärmenden Kinder lief ihr noch bis zur nächsten Wegegabelung nach und wartete da, bis nur noch eine Staubwolke in weiter Ferne zu sehen war. Zwei Tage waren vergangen. Samuel Hahnemann hatte in Frankfurt das Beförderungsunternehmen wechseln müssen. Er reiste fortan mit der Kaiserlichen Reichspost, die besser unter der Bezeichnung Taxische Post bekannt war. Der zuständige Postmeister hatte ihm dazu geraten, da die Wagen größer und komfortabler seien und genau nach Fahrplänen abgestimmt führen. Samuel Hahnemann studierte seine weitere Reiseroute. Seine nächste Station wäre Mannheim. Die Postkutsche, die abends um 6 Uhr in Mannheim abfuhr, würde schon am anderen Tag nachmittags zwei Uhr Saarbrücken erreichen. Allerdings nur gegen erheblichen Aufschlag. Für mancherlei Widrigkeiten, mit denen sich Reisende per Postkutsche unterwegs herumplagen mussten, sorgten nicht nur meteorologische Zufälle, sondern mehr noch menschliches Versagen. Bei zahlreichen Kutschenunfällen spielte die Trunkenheit auf dem Bock eine ähnliche Rolle wie heute die Trunkenheit am Steuer. Die Reisenden des Eilpostwagens Frankfurt-Mannheim hatten mit ihrem Kutsche einen solchen leichtsinnigen Postillon auf ihrem Bock. Es war ein rauer, nach schnappsstinkender Pferdeschinder, der unentwegt mit der Peitsche knallte und alle entgegenkommenden Fuhrwerksleute auf das Übelste beschimpfte, wenn sie nicht gleich den Weg frei machten. Wenn er in sein Posthorn blies, klang es mehr wie eine verrostete Gießkanne und weniger wie das dienstlich vorgeschriebene Horn-Signal der taxistischen Post. Er verlangte außerdem von seinen eigenen Fahrgästen kurz vor jeder Relaisstation regelmäßig Schmiergeld, das er angeblich zum Kauf von Fetten gegen die quietschenden Wagenradlager auszugeben vorgab. Er gab es aber nie hierfür aus, sondern er besorgte sich dafür Schnaps. Außerdem begann es bald schon nach der Abfahrt aus Frankfurt stark zu regnen, und der Wagen fing an, bedrohlich zu schlingern. Ein Passagier berichtete der Reisegesellschaft obendrein von den schlimmsten Vorfällen aus jüngster Zeit, so daß eine ältere mitreisende Dame fast in Ohnmacht zu fallen drohte. Dr. Hahnemann half schnell mit einigen Tropfen Veratrum-Album aus, was das Schlimmste verhinderte. Wieder alle Befürchtungen der mitreisenden Passagiere erreichte jedoch die Postkutsche pünktlich und ganz unversehrt Mannheim, und er bestieg noch am gleichen Tag abends um sechs Uhr die Kutsche nach Saarbrücken. Als Samuel Hahnemann gegen Nachmittag des darauf folgenden Tages, wie postalisch angekündigt, seinen alten Freund und ehemaligen Kommilitonen Dr. Med. Karl Georg Friedrich in seiner Arztpraxis im Zentrum von Saarbrücken aufsuchen wollte, stand er ganz unverhofft vor einer verriegelten Tür. Darauf angebracht ein Siegel, nebst einer amtlichen Bekanntmachung in deutscher und französischer Sprache. Diese Praxis bleibt auf amtliche Anordnung des Präfekten- und Regierungskommissaires der Direktorialregierung, das Departement de la Saar, mit sofortiger Wirkung geschlossen. Trier am 15. Termidor des achten Jahres der französischen Revolution, gezeichnet Joseph Bexon, Dormischwiller. Samuel Hahnemann hätte in diesem Augenblick fast selbst einen Arzt gebrauchen können. Er stand wie versteinert vor der versiegelten Haustür seines Freundes und las die darauf angebrachte amtliche Bekanntmachung wieder und immer wieder. Wie konnte das passieren? Was war überhaupt geschehen? Er konnte sich diesen seltsamen Umstand nicht erklären. Endlich trat ein Passant auf ihn zu und fragte, ob er vielleicht zu Dr. Friedrich wolle. Samuel Hahnemann nickte nur wortlos. Dann werden Sie sich wohl oder übel einen anderen Doktor suchen müssen, guter Freund. Dr. Friedrich ist vor drei Tagen von den Franzosen verhaftet und abgeführt worden. Der unbekannte Mann klopfte Hahnemann freundlich auf die Schulter, wendete sich dann dichter an sein Ohr und flüsterte ihm zu, Sie sollten hier nicht zu lange stehen bleiben. Sie werden nur die Aufmerksamkeit der Deutschen als auch der französischen Spione auf sich lenken. Dr. Friedrich hat zu offen mit den deutschen Jakobinern sympathisiert, deshalb haben seine Feinde gegen ihn eine Intrige geschmiedet und das Gerücht verbreitet, er wäre in dubiose Geschäfte mit den Feinden der französischen Revolution verwickelt. Der Fremde wandte vorsichtig seinen Kopf nach links und anschließend nach rechts, um zu überprüfen, ob sie beide von der Straße aus beobachtet würden. Dann verschwand er so schnell, wie er gekommen war und ließ Samuel Hahnemann auf der Treppe des Hauses ratlos zurück. Was sollte er nun tun? Seinen Freund in einem der unzähligen Kerker und Gefängnisse Frankreichs suchen? Beim Präfekten und Regierungskommissar der Direktorialregierung in Trier persönlich intervenieren? Die Sache schien ziemlich aussichtslos und er lief ratlos und niedergeschlagen durch die Gassen von Saarbrücken. Doch plötzlich hatte er einen vortrefflichen Einfall. Die Mainzer Doktoren und Professoren wüssten sicherlich guten Rat, was in diesem Fall zu unternehmen wäre. Samuel Hahnemann beschloss umgehend am nächsten Tag seine Weiterreisen nach Mainz, dem jetzigen Regierungssitz des Departements Donnersberg und nun unter französischer Verwaltung Mayence genannt, unverzüglich fortzusetzen. Als er am nächsten Tag an der Kutschstation eintraf, machte der zuständige Postmeister ein missmutiges Gesicht. Doch Hahnemann ließ sich nicht beirren und fragte nach der nächstbesten Mitfahrgelegenheit in Richtung Mainz, worauf sich die Miene des Postmannes noch mehr verfinsterte. Was glauben Sie, guter Mann, fragte er, in unserer Heimat herrscht Kriegszustand. Es gelten keine Gesetze mehr, nur das Kriegsrecht und militärische Willkür regiert. Die deutschen Behörden, die eigentlich für die Sicherheit im Lande sorgen sollten, sind entweder vor den Franzosen geflohen oder sie sind machtlos wegen der französischen Truppen, denen es ihrerseits aber auch nicht gelingt, Ruhe und Ordnung im Lande herzustellen. Dann blickte er auf seinen Dienstplan und tippte mit dem Zeigefinger auf eine Spalte, die mit der Überschrift Abfahrtszeiten rot gekennzeichnet war. Wenn wir bis dahin ein paar Pferde und einen Kutscher zusammenbekommen, könnten Sie diese Post nehmen. Hahnemann studierte den Dienstplan und machte sich Notizen. Nach einer Weile trat der Postmeister erneut an ihn heran. Haben Sie, mein Herr, noch nie etwas von der berüchtigten Räuberbande gehört, die hier in der Gegend Ihr Unwesen treibt? Samuel Hahnemann zuckte verlegen seine Schultern, er hatte tatsächlich noch nie etwas von dieser Bande gehört. Er deutete stattdessen auf seine Gepäckstücke und erkundigte sich nach der Größe der zu erwartenden Kutsche. Doch der Postmeister runzelte nur die Stirn und sagte, »Hoffentlich sind in Ihren Koffern keine Wertgegenstände. Das herrnlose Gesindel hat sich in der ganzen hiesigen Gegend seit einiger Zeit dergestalt gehäuft, dass am Tage, niemand ohne Begleitung bei Nacht, sich aber kein Mensch mehr getraut, über Felder zu gehen, aus Furcht misshandelt oder beraubt zu werden. Er kratzte sich etwas nachdenklich am Backenbart, dann fügte er etwas leiser werdend hinzu. Aber die Räuber sind das eine Problem, das andere sind die Franzosen selbst. Unsere Tiere werden fast täglich aus den Stellen heraus beschlagnahmt und die Poststationen müssen sich wegen der Wiedererhaltung ihres Eigentums mit den Franzosen und ihrer Revolution abfinden. In den linksrheinischen Städten und Dörfern herrschte große Not unter der gesamten Bevölkerung, auch wegen der vielen Requirierungen durch die französischen Truppen. Aus diesem Grunde nahmen vor allem die Landbevölkerung und die Bauern eine feindselige Haltung gegen die fremde Besatzungsmacht ein. So ist es auch zu verstehen, dass sich in dieser Zeit der Gesetzlosigkeit etliche Räuberbanden gebildet hatten, die im Anfang aber nicht als Räuber, sondern mehr als Kämpfer für das Vaterland angesehen wurden. Den verhassten Franzosen Pferde und Vieh zu stehlen, galt keineswegs als Raub oder Diebstahl, sondern wurde stillschweigend eher als Wiedergutmachung empfunden. Der legendärste unter diesen Räubern war ein gewisser Johannes Bückler, der unter dem Namen Schinderhannes bekannt wurde. Solange er und seine Bande nur die Franzosen bestahlen, waren sie Volkshelden. Das hatte sich aber bald schon geändert, als die Bevölkerung selbst Opfer seiner Raubzüge wurde. Da der Pferdediebstahl inzwischen nicht mehr genug einbrachte, verlegten sich Schinderhannes und seine Bande darauf, Reisende auf offener Straße zu überfallen. Zu den spektakulärsten Aktionen dieser Art zählte der Überfall auf eine Postkutsche in der Nähe von Waldböckelheim Anfang Januar 1800. Der Postmeister hielt einen Steckbrief in seiner Hand, der diesen Überfall in allen Details genau beschrieb und auch das Konterfei des gesuchten Räuberhauptmanns zeigte. Er reichte das Blatt mit der amtlichen Bekanntmachung allen Reisenden, die die Absicht verfolgten, in Richtung Mainz zu fahren, denn genau auf dieser Strecke befand sich das Hauptbetätigungsfeld des berüchtigten Räubers. Samuel Hahnemann studierte den Steckbrief, dann gab er ihn dem Postmeister kommentarlos zurück. Sie müssen wissen, mein Herr, fuhr dieser Fort, Waldböckelheim liegt genau auf Ihrer Reiseroute und ich bin von Amts wegen dazu angehalten, dabei setzte er seine Brille auf und begann vom Blatt abzulesen, dazu angehalten, jedermann öffentlich über diesen Raub zu unterrichten, besonders den Obrigkeiten jeden Ortes bekannt zu machen, dass im Fall jemand deshalbem und besonders wegen deren Tätern etwas in Erfahrung bringen sollte, darüber die Auskunft und Nachricht hiesigem Gericht sub oblatione ad quevis reziproca zugehen lassen möge. Nachdem der Postmeister seine amtliche Pflicht erfüllt hatte, faltete er den Steckbrief zusammen und steckte ihn zurück in die Brusttasche seiner Dienstuniform. Ihm war natürlich nicht entgangen, dass sich der reisende Herr von seinem Vorhaben in keinster Weise abbringen ließ und zog deshalb seine Mundwinkel tief nach unten, so dass ihm dabei die Brille bis auf die Nasenspitze runterrutschte. Dann beendete er seine amtliche Pflicht mit einer persönlichen Bemerkung. Das Straßenräuberunwesen wagt sich bisweilen bis dicht an die Städte heran, mein Herr. Ich würde Ihnen deshalb dringend empfehlen, wenn Sie schon unbedingt nach Mainz reisen wollen, eine längere Route in Kauf zu nehmen. Die kurze Route ist wirklich sehr gefährlich. Der brave Mann wusste natürlich genau, wovon er sprach. Wenn ich also die Gäule rechtzeitig erhalte, beginnt die Reise in eineinhalb Stunden, sagte der Postmeister zu dem reisewilligen Herrn, der es sich inzwischen auf einem seiner großen Koffer bequem gemacht hatte. Sie hätten dann übrigens eine sehr attraktive Reisebegleitung. Der Postmeister deutete mit einer Kopfbewegung in Richtung Wartesaal, wo tatsächlich eine sehr bemerkenswert gut aussehende junge Dame saß. Und tatsächlich! Es grenzte fast an ein kleines Wunder. Nach genau eineinhalb Stunden stand eine zweispännige Kutsche reisebereit vor der Poststation und ein pfälzischer Postillion war damit beschäftigt, den Futterproviant für die Pferde zu verstauen und den Zustand der Ratnarben zu kontrollieren. Samuel Hahnemann hatte sich zwischenzeitlich mit der jungen Dame im Wartesaal bekannt gemacht. Es war eine französische Tänzerin namens Cécilie Westry, die vom Präfekten des Departements Donnersberg extra für ein Sondergastspiel an das Mainzer Theater engagiert worden war. Auf ihrer Fahrt von Paris nach Mainz hatte sie in Saarbrücken eine kurze Pause eingelegt und nun die Absicht, den letzten Teil der langen Reise zu bewältigen. In ihrer Begleitung befand sich eine wohlbeleibte Kammerzhofe, die sich schwitzend und schnaufend mit den unzähligen Gepäckstücken der Tänzerin abplagte, die alle irgendwo in der engen Postkutsche einen geeigneten Platz benötigten. Endlich setzte sich das Gefährt in Bewegung und die nervliche Anspannung der drei Kutscheninsassen, die sich in den letzten Stunden aufgrund der Ungewissheit ihres weiteren Fortkommens eingestellt hatte, war plötzlich wie weggeblasen. Der Postwagen holperte nun über das Pflaster der Kaiserstraße und verließ bald darauf die Stadtgrenze. Schon 1798 hatte der Präfekt des Saar-Departements die Verlängerung der bestehenden Straßenverbindung Paris-Saarbrücken nach Mainz angeregt, aber mit dem Ausbau der Grande Route Imperial hatte man im Jahre 1800 noch immer nicht begonnen. Aber die drei Reisenden störten sich nicht weiter daran, dass ihre berline Postkutsche mitunter stark schlingerte und die Wagenräder über Stock und Stein rumpelten. Sie waren die ganze Reisezeit über in ein sehr angenehmes Gespräch vertieft. Samuel Hahnemann parlierte im perfektesten Französisch mit Cécilie Vestry. Der Doktor, in sieben Fremdsprachen bewandert, sprach Französisch schon von Jugend auf ganz besonders gern und blühte förmlich auf, inspiriert von der Wissbegierde seiner jungen Wegbegleiterin, die sich bald als äußerst gelehrige Zuhörerin erwies. Wie kommt es, Monsieur, dass Sie eine so gepflegte Französisch sprechen? Man könnte direkt meinen, Sie wären gebürtige Franzose. Oh nein, Mademoiselle, ich stamm aus Kursachsen, dort spricht man höchstens ein gepflegtes Sächsisch. Samuel Hahnemann konnte sich ein charmantes Lächeln nicht verkneifen, dann fügte er hinzu, aber ich weiß natürlich ein solches Kompliment sehr zu schätzen, Mademoiselle. Oh, ich liebe diese Weich- Aussprache der Kursachsen, Monsieur. Für unsere verwöhnte Ohren sind die meisten der deutschen Dialekte doch etwas sehr hart im Klang. Wie soll ich sagen, Sächsisch dagegen klingt sehr angenehm und hat irgendwie Eleganz? Wenn Sie es wünschten, könnten wir uns natürlich auch in Lateinisch, Englisch, Griechisch, Hebräisch oder sogar arabischer Sprache unterhalten. Cécilie Vestrie kicherte etwas mädchenhaft, dann erwiderte sie, oh nein, dann bleiben wir doch lieber bei Ihrer Muttersprache. Waren Mademoiselle denn schon einmal in meiner Heimat? Oui, Monsieur, es ist eine sehr schöne Erinnerung an meine Kindheit. Mein Vater, der Tänzer Auguste Vestrie, war vor vielen Jahren einmal für ein Gastspiel ans Dresdner Opern-Aus engagiert. Ich durfte ihn auf seiner Reise nach Kursachsen begleiten. Es wurde eine ganz grandiose Erfolge. Ah, daher kenne ich vermutlich Ihren Namen, Mademoiselle, wenn das kein Zufall ist. Pardon, Sie kenne den Namen meines Vaters, Monsieur? Oh ja, Mademoiselle, wer kennt ihn nicht? Und ich selbst hatte vor etwa 15 Jahren das große Glück, die einzigartige Kunst Ihres Herrn Vaters höchstpersönlich auf dieser Dresdner Opernbühne bewundern zu dürfen. Cécilie Vestrie konnte diesen Zufall kaum fassen. Das zu hören würde ihn sicher sehr erfreuen, Monsieur. Rein theoretisch hätten wir uns also schon damals begegnen können. Non? Ist das nicht seltsam? Aber vermutlich hätten Sie mich als kleines Mädchen gar nicht wahrgenommen. Jetzt war es Samuel Hahnemann, der sich ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte. Ach, wissen Sie, Mademoiselle, erwiderte Hahnemann dann etwas nachdenklich, die Welt ist manchmal so klein wie ein Dorf und wir Menschen laufen mitunter gedankenlos darin umher, ohne uns gegenseitig überhaupt richtig wahrzunehmen. Gestern noch war jemand ein Kind und heute... Samuel Hahnemann unterbrach in Gedanken versunken seinen zuletzt ausgesprochenen Satz und warf einen kurzen Blick durch das Kutschenfenster hinaus in die Gegend. Außer einigen Vermessungsarbeitern, die sich am Wegesrand zu schaffen machten und einer französischen Armeepatrouille, die vor wenigen Minuten im Marschschritt den Weg passiert hatte, war bisher nichts Auffälliges zu sehen gewesen. Es gab also keinen Grund, einen Überfall durch eine Räuberbande befürchten zu müssen. Hahnemann lehnte sich deshalb beruhigt zurück. Doch plötzlich fragte Cécilie Vestry ganz unerwartet, Die Kammerzufe spitzte die Ohren, tat aber so, als würde sie das Gespräch zwischen den beiden Reisenden nicht im geringsten interessieren. Sie sah verliegen zum Fenster hinaus und stopfte sich dabei unentwegt eine Haselnuss nach der anderen in den Mund, die sie zwischen die Backenzähne klemmte, um sie anschließend mit einem gezielten Handschlag gegen das Kinn von der harten Schale zu befreien. Alles in allem kein schöner Anblick. Samuel Hahnemann war über die unerwartete Frage der Tänzerin auch etwas überrascht, ließ sich aber nichts anmerken. Ja, ich bin sehr glücklich verheiratet Mademoiselle und das schon seit nunmehr 18 Jahren. Oh, ich bin nicht verheiratet, Monsieur. Ich finde ein Ehe wäre wie eine Fessel um die Beine einer Tänzerin. Samuel lächelte über die unverblümte Natürlichkeit seiner jungen Reisebegleiterin. Heiraten sie je eher je lieber Mademoiselle. Die Ehe ist das allgemeine Spezifikum des Körpers und des Geistes. Entspricht diese These der allgemein anerkannten wissenschaftliche Meinung, Monsieur, oder entspringt sie mir ihre eigenen Erfahrungen? Sowohl als auch, antwortete Samuel Hahnemann ohne zu zögern, ich spreche zu Ihnen als erfahrener Ehemann, wie auch als Doktor der Medizin, als Chemiker, Wissenschaftler und sogar auch als Heilkünstler. Cécilie Vestry hüstelte etwas verlegen. Mademoiselle haben sich etwas erkältet? Nein, ich glaube nicht. Sie sprachen eben davon und nannten sich selbst einen Eilkünstler. Demzufolge sind wir ihr Kollegen, wenn Sie so wollen, Monsieur. Mein Kunst findet auf der Bühne statt, die ihrige im Inneren des menschlichen Körpers. Beide Künste sind für das Wohlergehen der Menschen bestimmt. Hahnemann überlegte einen Moment lang, dann fand er die richtigen Worte. Erkennt ein Arzt die Hindernisse einer Genesung, Mademoiselle, und weiß er sie hinwegzuräumen, damit die Herstellung einer Gesundheit von Dauer bleibt, so versteht er zweckmäßig und gründlich zu handeln und ist daher ein echter Heilkünstler. Und weiß ein Kunstliebhaber, die schönen anmutigen Bewegungen einer Tänzerin nach einer vorzüglichen Musik entsprechend in sich aufzunehmen, wird sicherlich diese seine Wahrnehmung nicht minder für sein eigenes körperliches als auch geistiges Wohlergehen beitragen. Sie haben also nicht ganz Unrecht, wir sind in der Tat beide Künstler, ein jeder auf seine Art und Weise. Die korpulente Kammerzofe schien nun an einer Art von Reisekrankheit zu leiden, so dass die Kutsche des öfteren auf offener Wegstrecke anhalten musste, damit sich Madame im Freien erleichtern konnte. Nach einer solchen Reiseunterbrechung mischte sich nun doch die Kammerzofe in das Gespräch ein, da ihr offenbar das gesundheitliche Problem zu sehr auf dem Herzen brannte. Cher Monsieur le Docteur, begann sie etwas zögerlich, gibt es auch ein wirksames Mittelschen gegen, sie zögerte einen Augenblick und ihre Gesichtsfarbe wurde dabei kreidebleich, gegen Seekrankheit. Aber gewiß doch, Madame, Doktor Hahnemann öffnete flugs seine Reiseapotheke, kramte darin herum und zog dann etwas hervor. Hier, da wäre etwas gegen dieses Problem, Madame, diese Kokolustropfen könnten ihnen durchaus helfen, vorausgesetzt, sie würden keine Haselnüsse mehr in diesen Mengen verzehren. Formidable, rief hoch erfreut die Kammerzofe und nahm die Tinktur neugierig und zugleich dankbar an sich. Kurz darauf, nachdem sie einige Tropfen eingenommen hatte, verbesserte sich ihr Zustand ganz erheblich und auch ihr rosafarbener Teint kehrte zurück. Als sie sich für seine ärztliche Hilfeleistung bedankte, sagte Samuel Hahnemann nur einen Satz. Wähle, um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfall eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden für sich erregen kann, als sie heilen soll. Sind Sie eine von dieser herumreisende Wunder, Doktoran, Monsieur Hahnemann? Aber nein, Mademoiselle Vestry, an Wunder kann ich leider nicht mehr glauben. Ach, wenn ich Ihnen doch darlegen könnte, wie wunderbar einfach die Homöopathie in ihrem Kern doch sei. Sie könnten es doch einfach versuchen, Monsieur Le Doktor. Erklären Sie es uns. Die Reise ist noch lang genug und es gibt immer eine gute Grunde noch etwas Neues hinzuzulernen. Finden Sie nicht auch? Sogar die dicke Kammerzofe nickte zustimmend. Nun gut, ich werde versuchen, es mit ganz einfachen Worten zu erklären. Also, Semilia Semilibus Corentur. Hinter diesem Grundsatz verbirgt sich die Einsicht, dass Arzneimittel nicht unbedingt an und für sich heilsam sind. Nein, sie wirken wie ein Gift, stören die Funktionen eines gesunden Organismus. Kurzum, sie machen einen gesunden krank. Und zwar ruft ein jeder Arzneistoff eine künstliche Krankheit hervor, Beschwerden. Dem genauen ärztlichen Beobachter fällt an solchen Arzneikrankheiten im Grunde nur auf, dass sie den natürlichen Krankheitszuständen des Menschen verblüffend ähnlich sind. Semilia Semilibus Corentur bedeutet doch Ähnliches mit ähnlichem Eilen. Ist das korrekt, Monsieur Le Dokteur? Völlig korrekt, Mademoiselle. Die Veränderungen, die die Arzneien im gesunden Körper anrichten, existieren doch nicht umsonst, müssen also wohl etwas zu bedeuten haben. Das habe ich mich immer gefragt, bis ich eines Tages, wie durch Zufall, der im geheimen verborgenen Arzneisprache auf die Spur kam. Vielleicht sind die Veränderungen und Empfindungen, die jede Arznei im gesunden Menschenorganismus hervorbringt, die einzigen vernehmlichen Laute, die sie dem vorurteilsfreien Wahrnehmer gegenüber aussprechen kann. Ein Aufschrei der Kammerzofe durchfuhr plötzlich das ganze Innere der Kutsche. Sie hatte sich beim brachialen Aufknacken einer weiteren Haselnuss einen Backenzahn ausgebrochen und hielt diesen nun mit schmerzverzerrtem Gesicht zwischen ihren dicken Wurstfingern. Cécilie Vestry warf ihr einen bösen Blick zu, doch die Kammerzofe jammerte weiter. Samuel Hanemann versuchte, die unangenehme Situation schnellstmöglich zu beenden. Erneut bediente er sich seiner Reiseapotheke und wählte sofort ein wirksames Mittel, nämlich Arnica Montana, das er der Zofe gegen den Zahnschmerz verabreichte. Sehen Sie, Madame, ein Wunderdoktor oder Quacksalber hätte sich in dieser Situation eines sehr fragwürdigen Gebräus aus einer Dreckapotheke bedient. Ich bediene mich dagegen der unermesslichen Reichtümer unserer Natur. Ein Heilkünstler in diesem Geiste schließt sich unmittelbar an die Gottheit, an den Weltenschöpfer an. Nach diesem, seinem letzten Satz, kehrte bald wieder Ruhe im Wagen ein und Samuel Hahnemann lehnte sich zufrieden zurück. Bald schon hatte die Kutsche die nächste Relaisstation in Idar-Oberstein erreicht, wo die Reisenden eine erholsame Rast einlegten und neue Pferde eingespannt wurden. Sie hatten nun schon einen großen Teil ihres Weges nach Mainz zurückgelegt und die Zeit war durch ihre angeregte Unterhaltung auch recht schnell vergangen. Kurz nach ihrer Weiterfahrt verfinsterte sich jedoch der Himmel, rabenschwarze Gewitterwolken ballten sich über den Baumwipfeln des Hunsrücks zusammen und schon zuckten die ersten heftigen Blitze gefolgt von lautstarkem Donnergetöse. Die dunklen Himmelsgebilde öffneten ihre Schleusen und ein mächtiger Wolkenbruch ging nieder und prasselte auf das Dach der Postkutsche, sodass eine weitere Konversation gar nicht mehr möglich war. Der Weg führte direkt am Ufer der Nahe entlang. Der kleine Fluss stieg sehr rasch aus seinem Bett empor und drohte an einigen Stellen die Straße zu überschwemmen. Der Postillion hatte die größte Mühe und Not seine Pferde im Zaun zu halten und unterbrach deshalb an einer Weggabelung die Fahrt. Der nächste sichere Ort wäre das Dorf Kirn, da wolle er einen geeigneten Unterschlupf suchen. Auf der Wegstrecke hatten die Reisenden einige freistehende bis zu 30 Meter hohe Quarzidfelsen bemerkt, die über die Baumwipfel hervorragten und bei jedem Blitz ein gespenstisches Bild abgaben. Doch plötzlich stoppte die Kutsche erneut und der Postillion sprach mit einer fremden Person, die am Wegesrand stand und offenbar das Gefährt zum Anhalten gebracht hatte. »Heho, Jägersmann, ihr kommt mir wie gerufen, ist das die Richtung nach Kirn? Und der Fremde antwortete, da haben wir das gleiche Ziel, in Richtung Kirn, geht's da entlang, und da geht's hin nach Sobernheim, ich führe euch. Hahnemann konnte nur sehr unscharf durch das regennasse Türfensterchen die Konturen des Mannes erkennen. Obwohl es dem Postillion nach Dienstvorschrift strengstens untersagt war, Fremde unterwegs aufzunehmen, siegte aber in dieser prekären Unwetterlage doch sein menschliches Mitgefühl und er bat seine Passagiere um die Erlaubnis, den völlig durchnässten Jägersmann vorn auf dem Kutschbock aufsitzen lassen zu dürfen. Natürlich hatte keiner der drei Reisenden, die ja im Trockenen saßen, irgendeinen Einwand. Der Jäger schwang sich sogleich auf den Wagen, der Postillion trieb seine Pferde mit dem gewohnten Hüah! Ruf an und seine Peitsche schwang durch die Luft. Die gefährliche Fahrt nahm ihren weiteren Postillionen nun doch verfahren zu haben. Hahnemann erkannte einige aufgeworfene Gräben, eine morastige Wiese, dann bog der Wagen unerwartet in einen Hohlweg und holperte noch einige Meter in einen Wald hinein. Plötzlich knallte ein Gewehrschuss, die Pferde scheuten, der Jäger sprang vom Bock und der Postillion schrie etwas Unverständliches, dann schlug eines der Wagenräder gegen einen Baumstumpf und die ganze Kiste kippte um. Heiliger Gott, welche Finsternis, was für ein Chaos von Beinen, Armen und Gesichtern. Samuel Hahnemann kam bei dieser Gelegenheit recht eigenartig unter Menschen, denn über ihm lag plötzlich die dicke Kammerzofe von etlichen Zentnern Gewicht und an seinen linken Arm klammerte sich ängstlich die schöne französische Tänzerin. Dann bewegte sich kein Rad mehr. Nachdem jeder seine Gliedmaßen wieder zusammengerafft hatte, krochen alle Insassen durch das Guckfenster aus dem Bauch des umgestürzten Wagens, einer nach dem anderen, wie Schornsteinfeger aus dem Rauchfang. Um sie herum war ein pechschwarzer Wald, unendliches Regenwasser und Schmutz am Boden. Als sie sich mühsam aufgerappelt hatten, stellten sie fest, dass sich keiner, wie durch ein Wunder, ernsthaft verletzt hatte. Doch plötzlich trat der junge Jägersmann mit vorgehaltener Flinte auf sie zu und hinter dem nächsten Felsvorsprung lauerte weiteres Diebsgesindel, sodass an ein Entkommen nicht mehr zu denken war. Der Postillon, der sehr unsanft in einem Dickicht gelandet war und sich gerade daraus befreit hatte, erkannte als erster die Situation. Er rief voller Entsetzen, Potz, Sternsack, er schiener Hannes ist da! Dann schlotterten ihm die Knie. Unterdessen war der vermeintliche Jägersmann an Samuel Hahnemann herangetreten und befahl »Gib dein Geld heraus oder du bist ein toder Mann!« Doch der Doktor war geistesgegenwärtig genug, um sich von der plumpen Drohung des Räubers nicht im geringsten beeindruckt zu zeigen. Er stellte sich wie ein englischer Gentleman vor Cecilie Vestry und die Kammerzofe, dann kramte er aus seiner Westentasche eine Handvoll Kreuzer und warf Brust. Unterdessen waren die anderen Wegelagerer damit beschäftigt, die Kutschpferde auszuspannen. Dies wollte nun wiederum der wackere Prostyleon verhindern. Der dritte Räuber beruhigte unterdessen die beiden scheuen Pferde. Dabei bemerkte Cecilie Vestry, dass dieser gar kein Räuber, sondern vielmehr eine Räuberin war. Es war tatsächlich eine junge Frau, die im männlichen Räuberkostüm ein ziemlich Samuel Hahnemann konnte natürlich nicht verhindern, dass die ganze Kutsche von den Räubern durchsucht wurde. Sie erbeuteten aus dem Felleisen des Kondukteurs einige nicht unerhebliche Geldbeträge. Drei Louis d'Or, einen Karolin, elf Gulden, einige Kronenthaler, silberne Franken, Kreuzer, sieben Sechsbetzer, einen Gulden in Silber und einen Dukaten in Gold. Alles in allem eine recht stolze Summe. Aber damit gab sich die Bande noch längst nicht zufrieden. Die Wegelagerer begannen nun die Gepäckstücke der Reisenden zu durchwühlen. Hierbei hatten sie es vor allem auf Kaffee, Tabak, Zucker, Baumwollsachen, Kleider, Stoffe, Weine, Uhren oder Schmuck abgesehen. Sie stahlen alles, was irgendwie zu Geld gemacht werden konnte. In Samuel Hahnemanns Reisegepäck waren sie auf nichts Verwertbares gestoßen, auch mit seiner Reiseapotheke konnten sie nichts anfangen, ebenso mit den beiden Koffern, die nur medizinische Literatur enthielten. Besonderes Interesse aber weckten offenbar Mademoiselle Vestries Gepäckstücke, die bis zum Rand mit kostbaren Bühnenkleidern gefüllt waren. Die Räuberin in Männerkluft, die von dem Räuberhauptmann liebevoll Julchen genannt wurde, bediente sich reichlich aus Mademoiselle Vestries Fundus. Ihr hatten es vor allem einige reich bestickte und mit Glasperlen verzierte Panniers angetan. Doch dann entdeckte der Anführer in einer Schatulle den schriftlichen Kontrakt der Tänzerin für ihr vorgesehenes Gastspiel am Mainzer Theater. Das Schriftstück war von dem Mainzer Präfekten, der sein erbittertster Feind war, persönlich ausgestellt und gesiegelt. Neugierig wollte er nun nähere Einzelheiten über das Gastspiel Mademoiselle Vestries erfahren. Ihre Schönheit und anmutige Ausstrahlung war dem Räuberhauptmann natürlich nicht entgangen. Er verlor plötzlich seine ruppige Art und wirkte auf einen Schlag fast schon galant. Julchen beobachtete diese unerwartete Verwandlung ihres Geliebten aus einiger Entfernung mit messerscharf eifersüchtigen Blicken. Der Räuberhauptmann heckte offenbar einen Plan aus. Ja, er erteilte sogar seiner Bande den Befehl zur allgemeinen Überraschung alle Diebereien sofort einzustellen. Julchen entriss er die kostbaren Paniers und gab sie unversehrt der verblüfften Tänzerin zurück. Schinderhannes erklärte der Tänzerin in erhabenem Tonfall, sie möge ihm den Scherz nicht übel nehmen. Er wolle nur beweisen, dass er allein in diesem Kanton zu befehlen habe und dass es ihm zugleich eine große Ehre sein würde, alle Anwesenden hier zu einem fröhlichen Fest einzuladen, welches am Abend des selbigen Tages in einer naheliegenden Ortschaft stattfinden sollte. Es wäre ihm eine sehr große Freude, dass er noch vor seinem Rivalen, dem Präfekten, das Vergnügen haben würde, die berühmte Tänzerin Cécilie Vestry da selbst zu empfangen. Sie dürfe diese persönliche Bitte keinesfalls abschlagen, das würde ihn sonst zu sehr verletzen und auf ganz schlechte Gedanken bringen. Der fröhliche Ball würde in Griebelschied, dem nächstliegenden Dorf, stattfinden. Dort gäbe es auch einen Stellmacher, der das zerbrochene Wagenrad der Postkutsche reparieren könnte. Allerdings müssten die Reisenden vorläufig auf ihre Kutschpferde verzichten. Dann hängte er seine Flinte über die Schulter und schloss mit den Worten »Geht jetzt! Verhaltet euch ruhig und macht im Ort keinen Aufruhr. Schließlich schwang er sich sogleich auf eins der gestohlenen Pferde und rief dem Postkutscher zu »Hey Vedder, wenn ihr euren Braun noch mal sehen wollt, dann guckt schnell!« Und schon galoppierte die ganze Räuberbande ihm nach hinein in den dunklen Wald. Nur Julchen warf noch einen verächtlichen Blick auf die schöne Tänzerin zurück, dann war auch sie hinter dem nächsten Dickicht verschwunden. Die überfallene Reisegesellschaft stand nun allein in Wald und Regen da, und es musste dringend eine Entscheidung getroffen werden. Zu Fuß wäre der Weg bis zur nächsten Poststation viel zu weit gewesen, diesen hätten sie nicht mehr bewältigen können. So blieb ihnen also keine andere Wahl, als sich auf den Weg in das nahege lege Dorf namens Griebelschied zu machen, von dem der Räuber berichtet hatte. In dem Dorf nahmen sich da jeder eine Kammer und der Postillion suchte sogleich den erwähnten Stellmacher des Dorfes auf, der offensichtlich von den Räubern bereits über das zerborstene Wagenrad informiert worden war. Bei Einbruch der Dunkelheit vernahm Samuel Hahnemann plötzlich Pferdehufgetrappel und Stimmengewirre. Es drang vom Vorhof des Gasthauses hinauf bis in seine Mansarde. Er hatte sich gerade etwas frisch gemacht und versuchte nun, zu reinigen, aber dieses Unterfangen war wohl ziemlich aussichtslos. Als er zu dem winzigen Fenster hinaus sah, erkannte er eine Menge Menschen, die zu Fuß oder Beritten sich dem Gasthof näherten. Es waren viele einfache Bauern darunter, aber auch einige herausgeputzte feinere Leute, die ganz gewiss nicht mit der Räuberbande unter einer Decke stecken konnten. An der Eingangstür zum Gasthof hatte der Wirt Schildwachen postiert, die alle Ankommenden kontrollierten, bevor sie in den Saal eingelassen wurden. Was würde hier stattfinden? Ein Dorffest? Ein Räuberball? Hahnemann fand keine plausible Antwort auf diese Frage. Eine Musik begann plötzlich unten im Tanzsaal aufzuspielen. Schinderhannes umgab sich Mitte August 1800 mit dem romantischen Glanz eines Räuberfürsten auf der halb zerfallenen Ruine Schmidburg. Die Burg war seit der französischen Annexion 1795 von ihren Besitzern verlassen worden und wurde seitdem nur noch von armen Tagelöhnern und von Eulen bewohnt. Kurzum, es war ein idealer Unterschlupf für Diebe und Wegelagerer. Von hier aus machte sich nun die Räuberbande auf den Weg ins nächstliegende Dorf. Der festliche Ball zu Griebel schied bei Kirn bildete den Höhepunkt dieser Tage. Die lieben Untertanen waren von nah und fern erschienen einschließlich aller Bürgermeister und Amtspersonen der Hörigen Dorfe. Die Bewohner der umliegenden Orte Schneppenbach, Hahnenbach, Bundenbach und Bruschied galten als Kochem, wie es in der Gauner Sprache hieß, waren also zuverlässig und für die Räuber ungefährlich. Aber auch die Jugend der umliegenden Ortschaften war nahezu vollzählig im Ballsaal des Gasthofes versammelt. Auf dem Tanzboden ging es bereits hoch her. Der Wirt hatte extra einen großen Vorrat an Speisen und Getränken herangeschafft, um die Gesellschaft aufs Beste bedienen zu können. Mehrere Kapellen spielten auf, betrunkene Bauern, Vagabunden und Bettler lagen sich gegenseitig in den Armen. Die Bürgermeister und Amtspersonen der umliegenden Ortschaften feierten aber an einem gesonderten Tisch. Als der Doktor und Cécilie Vestry etwas schüchtern den Saal betraten, luden die Honoratioren die beiden Fremden ein, an ihrem Tisch Platz zu nehmen. Der Präsident der Festlichkeit war Johannes Bückler, genannt der Schinderhannes. Der Räuberhauptmann hatte sich auffällig fein herausgeputzt. Er trug einen grauen Rock, eine rote Weste, nagelneue lederne Hosen und einen dreieckigen Hut, auf dem eine lange Habichtfeder aufgesteckt war. In seiner edlen Garderobe, die sein Leibschneider extra für diesen Tag angefertigt hatte, selbstverständlich aus gestohlenem Tuch und Leder, genoss er das Schauspiel sichtlich. Samuel Hahnemann erkannte auch einige andere Spießgesellen an seiner Seite wieder, die nur wenige Stunden zuvor am Postkutschen Überfall mitbeteiligt waren. Da war einer, der von seinen Kumpanen nur Petronellen Michel genannt wurde, einen anderen riefen sie Schwarzer Peter. Sein dunkles Gesicht hätte einem Maler zum Ideal der teuflischen Fratze dienen können. Ein dritter Räuber wurde Scheler Karl genannt, weil er ganz einfach einen schielenden Blick hatte. Aber die Attraktion des Abends war die Braut des Räuberhauptmanns an seiner Seite, Juliane sehr elegantes Tanzkostüm ausgetauscht und wurde von allen Anwesenden hierfür sehr bewundert. Julchen achtete peinlich genau darauf, mit wem ihr Bräutigam Umgang pflegte, ganz besonders hielt sie aber die französische Tänzerin fest im Blick. Bei dem Fest war der Schinderhannes nämlich von den Mädchen aus der Umgebung ein umschwärmter Tanzpartner, deshalb zog sie ihn immer wieder selbst auf die Tanzdiele, damit keine andere ihr den Bräutigam abspenstig machen konnte. Die Mädchen schwangen aber auch mit den anderen Räubern vertraulich das Tanzbein und die jungen Burschen prosteten unentwegt dem Hannes zu. Das war doch mal ein Kerl, der nicht nach der Pfeife der Franzosen tanzte. Jetzt beeiferte sich jeder im Saal, Hannes und seinem Julchen Platz zu machen, man erwies dem schönen Räuberpaar die größte Ehre. Samuel Hahnemann war unterdessen aufgefallen, dass der Räuberhauptmann nicht nur beim Tanzen sein rechtes Bein leicht nachzog, als verspürte er darin einen stechenden Schmerz. Doch dann, nach einer Weile, trat Hannes plötzlich an ihren Tisch heran und forderte Cécilie Vestri zum nächsten Tanz auf. Cécilie bekam den Schreck ihres Lebens. Aber als sie sah, dass ihr nichts zu Leide getan wurde, fand sie in Heiterkeit, wurde sie mit fortgerissen, sodass sie auf Bitten des Schinderhannes nun sogar eine Probe ihrer Tanzkunst vorführte. Es war ein sehr merkwürdiger Anblick, als die französische Ballerina auf dem dörflichen Tanzboden und umringt von einfachem Volk zusammen mit dem Räuberhauptmann eine Kadri Naturalist darbot. Es war ein anarchischer, improvisierter Tanz, eine akrobatische, ekstatische Verrenkung der Glieder, eine wilde und ausgelassene, feurige und schweißtreibende Darbietung. Von Hannes geführt bewegte sie sich grazil durch die Reihen des gaffenden Volkes, bevor sie im Mittelpunkt des Kreises ein Solo tanzte, das schließlich mit einem Spagat endete. Dann folgte ein einziger geschickter Fußtritt und Schinderhannes Hut mit der aufgesteckten Habichtfeder wirbelte zur allgemeinen Belustigung im hohen Bogen durch die rauchgeschwängerte Luft. Jetzt war die Stimmung im Komisch nach einer Zugabe, doch Schinderhannes führte seine Partnerin zurück an ihren Platz und bedankte sich höflich für die gekonnte Darbietung. Julchen aber verließ beleidigt das Fest und wurde an diesem Abend nicht mehr gesehen. Hannes schien ihr Verschwinden jedoch nicht sehr zu bekümmern, denn er setzte sich nun sogar zwischen den Doktor Cécilie Vestry und die Ortsfoneration und suchte nach einem Gesprächsthema. Dabei betastete er immer wieder sein rechtes Bein, das ihm offensichtlich starke Schmerzen bereitete. Samuel Hahnemann erkundigte sich, ob er ihm als Arzt eventuell behilflich sein könne, aber Hannes winkte nur ab und sagte, ich bin vor einigen Wochen beim Kirschenbrechen vom Baum gefallen und kann heute noch nicht richtig laufen. Samuel Hahnemann ließ sich aber nicht abweisen, er betastete mit einigen geübten Griffen das Kniegelenk des Räubers, bis dieser schließlich vor Schmerz aufschrie. Also gut, gab er darauf etwas kleinlaut bei, was kann ich dagegen tun? Helfe er mir doch, Herr Doktor. Samuel Hahnemann zog nun ein Gläschen mit einer Salbe aus seiner Westentasche und riet dem Räuber, den Inhalt sogleich auf die schmerzende Stelle aufzutragen. Das würde ihm schnelle Linderung verschaffen. Hannes nahm die Salbe entgegen und versprach, den Rat des Doktors zu befolgen. Er kramte in seiner ledernen Hosentasche herum und wollte seinem Helfer sogar ein Honorar für die überreichte Medizin bezahlen, doch der Doktor weigerte sich strikt, das Geld anzunehmen und gab durch die Feierlichkeit vielleicht selbst etwas zu übermütig geworden, seinem Gegenüber eindeutig zu verstehen, dass er hin und wieder Aristokraten als auch Räuber umsonst behandle. Was übrigens Schinderhannes mit einem humorvollen Augenzwinkern quittierte. Nix für Ungut, Doktor, ich werde mich revanchieren. Mit diesen Worten erhob sich der fidele Räuber vom Tisch und mischte sich wieder unters Volk. Mit dem Glanz seiner Umgebung war auch die Überschätzung seiner Fähigkeiten gewachsen. Lautstark brüstete er sich am Nebentisch, während er unseren so viele wie Franzosen, ich würde Heldentaten verrichten, die den Irigen in nichts nachstehen sollten. Die fröhliche Gesellschaft stimmte seiner tolldreisten Behauptung lautstark zu. Ja, es herrschte überhaupt die größte Vertraulichkeit zwischen den Räubern und allen Leuten hier im Tanzsaal und Schinderhannes zahlte die Zeche für fast alle, die an seinem Tisch vorbeikamen. In Kontakt mit Fremden war dieser Räuber fast charmant, zumindest humorvoll. Vor allem besaß er dabei die Fähigkeit, was nicht nur junge Frauen sehr anziehend fanden. Sogar Cécilie Vestry war inzwischen etwas angetan von diesem jungen Mann. Das Fest ging bis tief in die Nacht hinein und Schinderhannes hatte mit fast allen jungen Mädchen einige Runden hintereinander getanzt. Jedes Mal verabschiedete er sich von seiner jeweiligen Tänzerin mit einer immer gleich lautenden Frage. Weißt du überhaupt, mit wem du den ganzen Abend lang getanzt hast? Mit dem Schinderhannes? Was aber die jungen Bräute durchaus nicht in Angst und Schrecken versetzte, sondern im Gegenteil, sie noch mehr animierte ihre Kleider und Beine wie wild zu schwingen. Samuel Hahnemann und Cécilie Vestry wagten sich schließlich auch auf den Tanzboden und sie trauten dabei ihren Augen kaum. Ganz am anderen Ende der Diele entdeckten sie den noch vor wenigen Stunden völlig deprimierten Postillion, der nun völlig außer Rand und Band mit der Kammerzofe im Arm über die Tanzdielen wirbelte. Nach durchzechter Nacht zog sich endlich die Bande auf die Ruine der Schmidburg zurück und das restliche Volk zerstreute sich bald. Am nächsten Morgen wachte Samuel Hahnemann sehr spät auf. Er verspürte einen stechenden Schmerz in den Schläfen, denn er war solcherlei nächtliche Ausschweifungen gar nicht gewöhnt. Aber die Sonne stand längst schon hoch oben am Himmel und es war höchste Zeit zum Aufbruch. Als er einen Blick aus seinem Kammerfenster warf, entdeckte er die reparierte Postkutsche, die draußen auf dem Hof stand. Er rieb sich die Augen, da er es selbst kaum glauben konnte, sogar die beiden Zugpferde waren wieder an ihrem angestammten Platz an der Deichsel des Wagens vorgespannt und wurden gerade vom Postillon mit Hafer versorgt. Und da traf auch soeben ein Reiter ein, der sich keck vom Sattel schwang, dann aber doch etwas lahm den Gasthof betrat. Es war natürlich der Schinder Hannes. Kurz darauf stand er auch schon in Samuel Hahnemanns Mansarde und erkundigte sich höflich nach dessen Befinden. Ihr habt mir gestern einen großen Gefallen getan und ich bin gekommen, um mich dafür zu bedanken. Hannes deutete dabei auf sein Knie. Der Doktor ermahnte ihn, sein Kniegelenk zu schonen und die Salbe unbedingt täglich zweimal aufzutragen, dann wäre es in einigen Tagen wieder schmerzfrei. Doch der Räuber lächelte nur matt und sagte, ich befürchte, bei dieser Krankheit hilft kein Mittel mehr. Plötzlich stand er auf den Hof, als befürchte er einen Häscher, der ihm nachgestellt wäre, aber es war kein Fremder zu sehen. Dennoch wirkte er plötzlich sehr niedergeschlagen. Stimmt es eigentlich, Herr Doktor, was man immer wieder sagen hört, dass das Blut eines Hingerichteten als sicheres Mittel gegen Fallsucht wirken soll? Dr. Hahnemann war verblüfft. Mit solch einer Frage hatte er nicht gerechnet. Aus dem fröhlichen Räuberhauptmann des gestrigen Abends war über Nacht ein nachdenklicher Mann geworden. Er riet Schinderhannes, er solle diesem Unsinn keinerlei Glauben schenken. Es sei reiner Aberglauben. Ihr müsst wissen, ich habe diese Nacht meinen Todenvogel pfeifen hören. Ich mache mir deshalb zwar nicht allzu viele Gedanken, aber manchmal geht so was schneller, als man denkt. Samuel Hahnemann wusste auch diesmal nicht, was er darauf antworten sollte, aber das hatte offenbar sein Besucher auch gar nicht von ihm erwartet, denn der Räuberhauptmann machte bereits Anstalten zum schnellen Aufbruch. Er wolle nur noch kurz Mademoiselle seine Aufwartung machen, sagte er zum Abschied, dann drückte er warmherzig dem Doktor die Hand und verließ die Kammer. Schinderhannes hatte der schönen Cécilie Honorar für ihre künstlerische Darbietung und obendrein als kleine Wiedergutmachung gedacht, für die entstandenen Unannehmlichkeiten, die er schließlich selbst verursacht habe. Beim Abschied bat er die schöne Tänzerin aber doch noch um einen kleinen Gefallen. Sie solle doch bitte dem Mainzer Präfekten von ihm ganz persönliche Grüße ausrichten und ausführlich von dem gestrigen Räuberball berichten. Kurze Zeit darauf galoppierte der seltsame Räuberhauptmann vom Hof und verschwand bald im Schutz des dichten Waldes. Der Wald bietet Schutz und Versorgung auch für Räuber, denn die Natur entscheidet, wenn sie gibt, nicht darüber, wer gut oder schlecht ist. Das entscheidet immer nur der Mensch. So sinnierte Dr. Hahnemann etwas nachdenklich, als sie ihre Weitereise nach Mainz antraten. Cécilie Vestrie und der Doktor hatten es sich in ihrer Postkutsche bequem gemacht, denn die Kammerzofe hatte partout darauf bestanden, vorn neben dem Postillion auf dem Kutschbock sitzen zu dürfen. Natürlich fand sie hierbei die vorbehaltlose Zustimmung der zwei Mitreisenden. Was vielleicht hier noch erwähnt werden muss, ist die Tatsache, dass auch der Postillion ein Abschiedsgeschenk des Räuberhauptmannes bei sich trug. Es war ein Geleitbrief, ausgestellt und unterzeichnet mit dem Namen Johannes durch den Wald, der dem Inhaber sichere Fahrt auf allen Wegen des Sohnwaldes und Hunsrücks garantierte. Aber der Postillion war klug genug, dieses Geschenks sicherheitshalber keinem zu zeigen, der es nicht sehen sollte. Die weitere Reise bis nach Mainz erfolgte ohne besondere Zwischenfälle und verlief auch sonst ziemlich wortkarg zwischen Cécilie Vestry und Samuel Hahnemann, da beide sich von den Strapazen der vergangenen Tage und Nächte erholen mussten und fast bis zum endgültigen Reiseziel den verloren gegangenen Schlaf der letzten Nacht nachholten. Als der Kutscher mit dem gewohnten Brrr laut seine Pferde vor dem Mainzer Hotel de Paris zum Stehen brachte, waren wohl einige Stunden vergangen. Die schöne französische Tänzerin verabschiedete sich von ihrem liebenswürdigen Reisebegleiter und bedankte sich herzlich für dessen Mut und Beistand. Doch Samuel Hahnemann wiegelte nur ab. Er hätte nur seine Pflicht getan und es sei nicht der Rede wert gewesen. Cecily Vestry lud ihn zu ihrer bevorstehenden Tanzmartinée im Mainzer Theater ein. Es wäre ihr eine große Freude und Ehre, wenn er zur Aufführung kommen könnte. Diese Einladung nahm Samuel Hahnemann natürlich hocherfreut an und er versprach sein Kommen gern. Zuvor hätte er aber noch einige dringende Angelegenheiten zu erledigen, die sicher einiges Geschick und Feingefühl erforderten und auch keinen Aufschub dulden würden. So trennten sich beide an diesem heißen Tag im August und sollten sich tatsächlich erst einen Tag vor dem kulturellen Ereignis wiedersehen. Zunächst suchte Samuel Hahnemann seinen Kollegen Dr. Meht Jakob Fidelis Ackermann auf. Ackermann war mit der Leitung der École Superieure in Mainz betraut und zu deren erstem Professor berufen. Er beschäftigte sich gerade in seinem Privatlabor mit Elektrizitätsexperimenten, von denen er sich für die Zukunft der verschiedenartigsten Wissenschaften sehr viel versprach. Aber als Samuel Hahnemann seine Bitte um Unterstützung bei der Freilassung seines zu Unrecht inhaftierten Freundes Karl Georg Friedrich äußerte, der von den Franzosen in Saarbrücken ganz sicher irrtümlich eingesperrt worden sei und nun dringend außenstehende Hilfe benötigte, wurde Professor Ackermann wie von einem unsichtbaren Stromschlag berührt, ganz leise und vorsichtig. Er nahm Hahnemann zur Seite und gab ihm eindeutig zu verstehen, dass man sich unmöglich in diesen schweren Zeiten mit der französischen Obrigkeit wegen einer Bagatelle, wie er sich ausdrückte, anlegen, geschweige denn überwerfen dürfe. Nein, 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 das wäre ihm leider nicht möglich. Hahnemann solle doch lieber selbst versuchen, seine Bitte dem neuen Präfekten persönlich vorzutragen, aber zu einer Audienz könne ihm hierzu auch nicht verhelfen. Es täte ihm unsagbar leid, aber er müsse doch verstehen, etc., etc. Jakob Fidelis Ackermann kleidete sich nicht nur wie Napoleon selbst, auch seine Frisur und sein ganzes äußeres Erscheinungsbild waren auf den Herrscher genauestens abgestimmt. Samuel Hahnemann verzichtete deshalb darauf, sein eigenes berufliches Anliegen zusätzlich vorzutragen und verließ das Privatlabor des Professors reichlich betrübt. Wie hatte er sich nur so sehr in einem Menschen und geschätzten Kollegen täuschen können? Die Stadt Mainz glich einer einzigen riesigen Baustelle. Überall fanden Abrissarbeiten statt, fast zeitgleich entstand an allen wichtigen Straßen und Plätzen Neues. Napoleon wollte die Stadt jedoch nicht nur zur Festung, sondern auch zu einer Art Schaufenster des Empire aus- und umbauen. Ganze Straßenzüge wurden deshalb zu Prunkboulevards umfunktioniert. Die französische Besatzung an sich brachte eine starke Militarisierung mit sich. 10.000 bis 12.000 Soldaten waren ständig stationiert und mussten bei den 20.000 Einwohnern irgendwo einquartiert werden. Samuel Hahnemann hatte große Schwierigkeiten, eine passende Unterkunft zu finden. Nachdem er ein kleines, aber viel zu teures Zimmerchen im Bleichenviertel gefunden hatte, in das eigentlich nur seine Gepäckstücke hineinpassten, entschloss er sich zu seiner nächsten Aufwartung. Der Chemiker und Mediziner Nikolaus Karl Molitor war Professor der Chemie, der Pharmazie und der Heilmittellehre. Nach Aufhebung der Mainzer Universität wurde er Professor der Chemie an der provisorisch gebildeten medizinischen Schule. Er erfreute sich als Lehrer und Arzt nicht weniger wie als Menschenfreund der höchsten Anerkennung und er war auch sonst ein Mann des Fortschrittes aller Wissenschaften. Samuel Hahnemann war deshalb voller Hoffnung, als er von einem Diener durch das Haus des Professors geführt wurde. Der Empfang im Arbeitszimmer des Wissenschaftlers war überaus herzlich und Nikolaus Karl Molitor war, wie sie schnell herausstellte, ein interessierter Leser aller Schriften Hahnemanns. Nachdem beide Männer einige Zeit miteinander theoretisiert hatten und eigene Meinungen über die alle neuesten medizinischen Erkenntnisse ausgetauscht waren, bekam aber die bis dahin sehr erfreuliche Konversation nach Hahnemanns Ersuchen um Mithilfe in der Angelegenheit seines Freundes einen erheblichen Dämpfer. Auch Professor Molitor sah keinerlei Veranlassung für eine Hilfestellung, denn er könne sich schließlich für keinen Kollegen verbürgen, den er nicht einmal persönlich kenne und außerdem wäre es sowieso ein Problem, das nur durch die Direktorialregierung des Departements de la Saar gelöst werden sollte. Selbst seine persönlichen Beziehungen zum neuen Präfekten des Departements Donnersberg wären da überhaupt nicht erfolgversprechend. Er gab noch einige weitere Argumente von sich, dann aber schlug er Samuel Hahnemann vor, er solle doch in ein paar Tagen nochmals bei ihm vorsprechen, vielleicht wäre ihm bis dahin etwas Passendes eingefallen. So lange wollte und konnte aber Samuel Hahnemann nicht warten. Er benötigte sofort dringende Hilfe wenigstens einen guten Ratschlag, auch in finanzieller Sicht, denn sein Reisebudget begann langsam dahin zu schmelzen. Samuel Hahnemann hatte die feste Absicht, noch am nächstfolgenden Tag die beiden Brüder und bekannten Professoren, Josef und Karl Wenzel, aufzusuchen, wenn jedoch diese Herren ihm auch nicht weiterhelfen könnten, bliebe ihm nur noch eine einzige Möglichkeit, seine Reise notgedrungen abzubrechen und unverrichteter Dinge zurück nach Mölln zu fahren. Er hatte in seiner Verzweiflung den eigentlichen Zweck seines Besuches in Mainz nahezu vollständig vergessen und irrte inzwischen fast ziellos durch die aufgewühlte Stadt, als plötzlich eine vierrädrige Kaläsche mit offenem Verdeck ganz dicht an ihm vorüberratterte und ihn dabei nur um Haaresbreite verfehlte. Ein eiskalter Schreck durchfuhr alle seine Glieder. Er stand wie angewurzelt und nahezu geistesabwesend mitten auf der großen Bleiche einer stark frequentierten Verkehrsader und hatte es selbst nicht einmal bemerkt, wo er sich befand. Doch dann hörte er eine vertraute Stimme. »Dr. Arnemann, mon Dieu, hoffentlich ist Ihnen nichts passiert!« Aus der Kaläsche, die einige Meter weit entfernt zum Stehen gekommen war, sprang eine schöne junge Frau und winkte ihm aufgeregt zu. Langsam kam er wieder zu sinnen. Einige Droschkenkutscher, die durch diesen Vorfall an ihrer Weiterfahrt gehindert waren, schimpften und fluchten gegen den Passanten, der noch immer mitten auf dem Boulevard stand. Dann wurde er von Cécilie Vestry eilig auf das nächste sichere Trottoir geführt und anschließend heftig umarmt. »Mon Dieu, Sie haben mir aber einen Schrecken eingejagt! Sie hätten unter die Räder kommen können, Monsieur Arnemann!« Der Doktor war reichlich erstaunt, Mademoiselle Vestry wiederzutreffen und entschuldigte sich bei ihr über das Missgeschick und seine Gedankenlosigkeit. Schließlich berichtete er ihr von seinen vergeblichen Bemühungen um die Freilassung seines Freundes, die unerfreulichen Besuche bei seinen Kollegen und ihre kaltherzigen Abweisungen, und Cécilie hörte ihm aufmerksam zu. »Sie müssen morgen früh unbedingt zu meiner Tanzmartinée ins Theater kommen. Es werden alle wichtigen Leute von Mainz anwesend sein, sogar der Präfekt hat sein Erscheinen angekündigt. Stellen Sie sich das einfach einmal vor, Monsieur le Docteur! Was für ein Ehre für eine unbedeutende kleine Tänzerin!« Schlagartig hatte Samuel Hahnemann verstanden, was sie ihm eigentlich damit andeuten wollte. Sie sagten, der Präfekt hätte sein persönliches Erscheinen angekündigt? Cécilie Vestry machte eine angedeutete Verbeugung. »Oui, Monsieur le Präfekt ist persönlich. Er wünscht sogar meine Bekanntschaft zu machen. Was sagen Sie dazu? Ist das nicht ehrlich?« Es war in der Tat herrlich. Es war sogar mehr als das. Es war wundervoll. Samuel Hahnemann machte einen Luftsprung und umarmte stürmisch die Tänzerin. »Sie müssen morgen unbedingt dabei sein, Docteur!« Und ob er dabei wäre, nichts, wünschte er sich mehr in diesem Moment. »Sagen Sie, Mademoiselle, wäre es Ihnen unter Umständen sogar möglich, mich mit dem Herrn Präfekten bekannt zu machen?« Cécilie lächelte nur charmant. »Wenn Ihnen so viel daran liegt, Monsieur, ich könnte Sie als meinen Impresario vorstellen. Unter Künstlern dürfte das ja kein so großes Problem sein, no?« Am nächsten Morgen wurde Samuel Hahnemann von einer Kaläsche abgeholt und direkt zum Theaterplatz vorgefahren. Er hatte seine beste Kleidung angelegt und freute sich auf das bevorstehende kulturelle Ereignis. Wie viele Jahre war es hier, als er zuletzt eine Theaterveranstaltung besucht hatte? Er wusste es nicht mehr genau zu sagen. Cécilie Vestry brillierte auf der Bühne mit der Interpretation einer Gavotte aus der komischen Oper »Panurge dans l'Île des Lanternes«, die bereits 15 Jahre zuvor ihrem Vater den Ruf einer lebenden Tanzlegende eingebracht hatte. Es wurde ein grandioser Erfolg und das Mainzer Publikum lag nach ihrem Auftritt der jungen Tänzerin zu Füßen. Sie hätte sich in diesem Augenblick die verrücktesten Dinge wünschen können. Diese Wünsche hätte man ihr in diesem Moment nicht abgeschlagen. Die Honoration und Bürger der Stadt trampelten mit den Füßen und verlangten nach einer Zugabe. Dann regnete es Blumen vom Theaterhimmel und die Tänzerin wurde in die separate Loge des Regierungskommissärs und Präfekten gerufen. Samuel Hahnemann hatte zuvor ein vereinbartes Zeichen von Cécilia empfangen und eilte nun aus dem Zuschauerraum hinaus und die Treppe hinauf zur Empore des Theatergebäudes, wo der Zugang zur Loge des Präfekten strengstens bewacht wurde. Der umjubelten Tänzerin und ihrer männlichen Begleitung wagte sich aber keiner der Soldaten in den Weg zu stellen. Im Gegenteil, man öffnete ihnen sogleich die Tür und der französische Regierungskommissar küßte galant die zierliche Hand der Künstlerin. Er ergoss sich in charmanten Komplimenten, wie es nur geübte Staatsdiener können. Dann wurde Samuel Hahnemann dem Präfekten persönlich vorgestellt und dieser äußerte seine tiefste Ehrerbietung. Ja, er hätte sogar im fernen Paris schon von seiner neuen medizinischen Kunst gehört. Samuel Hahnemann traute seinen Ohren kaum. Die Matinee-Feier zog sich bis zum späten Nachmittag hin und Samuel Hahnemann begegnete hierbei noch einigen weiteren wichtigen Persönlichkeiten und Beamten, so auch nicht ganz zufällig einem ranghohen Justizassessor des Departements Donnersberg, der wiederum mit dem Unterpräfekten des Departements de la Sars gut befreundet war. Hahnemann fasste sich ein Herz und bat den Assessor um gnädigsten Beistand in der Angelegenheit seines inhaftierten Freundes. Der hohe Beamte garantierte jedem Bürger Rechtsgleichheit und ein öffentliches Gerichtsverfahren. Er notierte sich den Namen Dr. Med. Karl Georg Friedrich und versprach Hahnemanns Freund zu helfen, vorausgesetzt, dieser hätte sich tatsächlich nichts zu Schulden kommen lassen. Samuel Hahnemann war an diesem Tag überaus glücklich, ebenso die stürmisch gefeierte Cécilie Vestry. Er wusste gar nicht, wie er ihr danken sollte. Dann laden Sie mich doch zu einem guten Essen ein, Monsieur le Docteur. Richtig, dieser Triumph musste gebührend gefeiert werden, und bald schon saßen beide bis zum Einbruch der Dunkelheit in einem Lokal direkt am Rheinufer und erinnerten sich ausgelassen fröhlich und in bester Weinlaune an ihr gemeinsames Abenteuer mit dem Räuberhauptmann Schinderhannes. Als Hahnemann wenige Wochen später wohlbehalten zu seiner Familie nach Mölln zurückkehrte, fand er einen Stapel Briefe auf seinem Schreibsekretär vor, darunter auch ein weiteres Antwortschreiben eines befreundeten älteren Kollegen. Es enthielt ein Übernahmeangebot für eine kleine, gutgehende Praxis in einem Provinznest ganz in der Nähe von Leipzig. Als er seine hochschwangeren Frau Henriette davon erzählte, sagte sie nur, »Wir haben inzwischen das ganze Land durchreist, Samuel. Im heimatlichen Sachsen könnten wir unsere gemeinsame Reise nochmals von vorn beginnen. Lass uns dahin gehen.« Wenige Wochen später, es war der 1. Oktober 1800, erblickte das neunte Kind der Familie Hahnemann das Licht der Welt. Das Mädchen wurde auf den Namen Luise getauft. Einer der Taufpaten war übrigens Freund Karl Georg Friedrich, der kurz zuvor von einem französischen Gericht auf freien Fuß gesetzt worden war, da sich die Anschuldigungen gegen ihn als inszenierte Intrigen herausgestellt hatten. Im Sommer des folgenden Jahres 1801 lebten die Hahnemanns bereits in Machern bei Leipzig. Obgleich Samuel nun hier wiederum ein eigenes Häuschen besaß und es ihm auch nicht an Patienten mangelte, zog er doch schon im Hochsommer desselben Jahres weiter nach Eilenburg an der Mulde, wo er und seine Familie zwei Jahre lang lebten. Im frühzeitigen Winter des Jahres 1803 las Samuel Hahnemann eher zufällig in einer Leipziger Zeitung eine Meldung, die sogleich seine ganze Aufmerksamkeit erweckte. Es war ein ausführlicher Bericht über die Gefangennahme, über den anschließenden Prozess und die darauf folgende Hinrichtung des bekannten Räubers Schinderhannes. Zur Ergreifung des Räubers war es gekommen, weil der Fahndungsdruck sowohl der linksrheinischen französischen als auch der rechtsrheinischen deutschen Behörden seit 1801 deutlich zugenommen hatte. Insbesondere das vom Mainzer Präfekten Jean-Bon-Saint-André Anfang 1802 eingerichtete Kriminalspezialgericht konnte sehr rasch erste Erfolge gegen die Bande verbuchen und zwang Schinderhannes schließlich ins vermeintlich sichere rechtsrheinische Gebiet auszuweichen. Dort wurde er jedoch Ende Mai zusammen mit seiner geliebten Julien Bläsius aufgegriffen und von den deutschen Behörden im Juni 1802 an die französische Justiz nach Mainz ausgeliefert. Es kam also, wie es kommen musste. Schinderhannes wurde aufgrund der gesetzlichen Regelung, die für bewaffnete Einbrüche und Überfälle die Todesstrafe vorsah, rechtskräftig zum Tode verurteilt. Eine Guillotine ward dazu vor den Toren der Stadt aufgebaut. Am 21. November fuhr man die Verurteilten in fünf offenen Wagen zum öffentlichen Richtplatz. Schinderhannes wurde als erster zum Scharfrichter geführt. Als er die Guillotine bestieg, betrachtete er einige Augenblicke lang das Beil, dann sagte er mit ziemlicher Fassung, ich sterbe willig, ich habe den Tod verdient, aber von diesen, indem er auf die übrigen 19 Kumpane zeigte, sterben wenigstens zehn unschuldig. Wenige Sekunden später war seine Hinrichtung vollzogen und ganze 24 Minuten danach waren alle 20 Särge gefüllt. Samuel Hahnemann konnte den Bericht nicht zu Ende lesen. Er legte die Zeitung nachdenklich beiseite. Das Schicksal des jungen Räubers Schinderhannes ergriff ihn zutiefst und es lief ihm ein kalter Schauder den Rücken hinab, als er sich an die Erlebnisse während seiner abenteuerlichen Reise im Jahre 1800 zurückbesann. Was war in den vergangenen drei Jahren alles geschehen? Der Alltag hatte ihn längst wieder eingeholt. Er trieb unaufhörlich seine medizinischen Erkenntnisse voran. Er dachte daran, bald sein Hauptwerk zu schreiben. Seine finanziellen Nöte hatten sich in den vergangenen Jahren nicht wesentlich gebessert. Was würde die Zukunft für ihn und seine Familie an bislang ungeahnten Wendungen noch bereithalten? Plötzlich musste er wieder an die schöne französische Tänzerin denken. Was wohl aus Cécilie Vestry geworden ist? Er hätte es in diesem Moment gern erfahren. Die Hahnemanns waren bald weiter nach Wittenberg, nach Thurgau und nach Dessau gezogen. Die Unruhe gehörte offenbar ebenso zum Dasein des Doktors wie auch ein nicht versiegender Forscherdrang. In den darauf folgenden Lebensjahren wechselten er und seine Familie noch des öfteren den Wohnort. In diesen Jahren entwickelte Hahnemann seine Theorie und Praxis der Homöopathie weiter zu einer in sich geschlossenen Therapie. Und im Jahre 1810 veröffentlichte er endlich sein Opus Magnum, Organon der rationellen Heilkunde, das Samuel Hahnemann und der Homöopathie zu weltweitem Ansehen verhalf. Am Ende seines unruhigen und langen Lebensweges wird er sogar nach Paris ziehen. Dort wird er endlich den verdienten Ruhm und die Ehrungen für sein Lebenswerk als Begründer der Homöopathie empfangen. Der schöne Tänzerin Cécilie Vestry aber ist er bis zu seinem Tod im Jahre 1843 nie wieder begegnet. Liebe Hörer, wir hoffen, dass Ihnen diese akustische Reise gefallen hat. Die erzählte Geschichte ist rein fiktiv und hat so nie stattgefunden. Sehr real jedoch sind ihre Protagonisten. Johannes Bückler, besser bekannt als Räuberhauptmann Schinderhannes und Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Johannes Bückler lebte von 1779 bis 1803 und trieb mit seiner Bande vor allem in der Gegend von Kirn im Nahetal, unweit des heutigen Hefert-Firmensitzes in Nussbaum sein Unwesen. Samuel Hahnemann lebte und wirkte von 1792 bis 1804 in nicht weniger als 15 verschiedenen Ortschaften. Nur selten verweilt er länger als einige Monate am selben Ort, dann trieb es ihn weiter, stets rastlos auf der Suche nach neuen Erkenntnissen und dem täglichen Broterwerb. Aber es gab auch einen tieferen Grund für diese manchmal abenteuerlichen Ortswechsel. Sein ganzer Intellekt befand sich in jenen Jahren in einem Zustand gravierender Umwälzungen. Mit der herkömmlichen medizinischen Lehre, die er bisher studiert und sich angeeignet hatte, war er äußerst unzufrieden. Er war vielmehr einer völlig neuartigen medizinischen Lehre auf der Spur. Und so wurde er in der Hoffnung auf neue Erkenntnisse von einer inneren Rastlosigkeit angetrieben. Ob Samuel Hahnemann aus dem Räuberhauptmann Schinderhannes und der französischen Tänzerin Cécilie Vestry überzeugte Homöopathieanhänger hätte machen können, wissen wir bis heute nicht. Sicher ist aber, dass er uns mit der Homöopathie seinem Lebenswerk ein zeitloses Vermächtnis hinterlassen hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Matthias Hefert